August Friedrich Erdmann von Kraft war ein preußischer Generalleutnant und Chef des Dragona-Regiments Nummer 11. Leben, Militärlaufbahn. Er stand zunächst in den Diensten von Sachsen-Gotha und wechselte während des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1762 in preußische Dienste. Kraft wurde als Junker im Freidregner-Regiment von Kleist angestellt. Nach dem Krieg wurde er am 1. Dezember 1764 als Kornet in das Kürassier-Regiment von Bredow übernommen. Dort wurde er am 10. Mai 1769 leutnant und nahm am Bayerische Erbfolgekrieg teil. In den folgenden Jahren stieg Kraft bis August 1789 zum Major auf und nahm als solcher 1794. am Feldzug in Polen teil. Dann am 17. Juni 1798 wurde er Oberstleutnant und am 16. Juni 1799 Oberst. Am 23. August 1802 rückte er zum Regimentskommandeur auf. Bei der Revue am 22. August 1804 erhielt Kraft den Orden Purlimait und am 20. März 1806 wurde er zum Generalmajor mit Patent vom 4. Juni 1806 befördert. Am 19. August 1806 wurde er auch zum Chef des Dragona-Regiments von Voss ernannt und musste im gleichen Jahr während des 4. Koalitionskrieges bei Prenzlau kapitulieren. Aufgrund der preußischen Niederlage wurde Kraft nach dem Frieden von Tilsit ab dem 19. November 1807 inaktiv gestellt und erhielt halbes Gehalt. Er bemühte sich daraufhin um eine Verwendung bei der Gendarmerie, was aber am 20. April 1812 abgelehnt wurde. Stattdessen wurde er am 8. März 1813 Kommandant von Breslau et Interim während des Abwesenheit des wirklichen Kommandanten. Aber schon am 29. Mai 1813 wurde er der Stellung enthoben. Am 26. Juli 1815 erhielt Kraft seinen Abschied mit einer Pension von 1.000 Talern. Zudem wurde ihm am 15. Januar 1818 der Charakter als Generalleutnant verliehen. Familie Kraft heiratete 1782 Caroline von Pudevils. Das Paar hatte folgende Kinder. Maria Caroline Friederike Antone Caroline Henriette Amalie Wilhelm August Friedrich Leutnant im Kürassier-Regiment Nummer 9 Helene Lemnes-Karte 1804 Traugott Josef Karl Graf Henkel von Donnersmark Traugott Josef Karl Graf Henkel von Donner